Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der Hadi hat mich im Vorfeld bestochen, dass ich ihn gewinnen lasse und deswegen ist eigentlich schon klar, wer gewinnt hier. Quatsch, jetzt kommt der, du hast ja so viele Karten, du hast ja so gute Karten. Nein, du hast mich ganz klar bestochen im Vorfeld. Du hast mir Geld gegeben, damit ich dich gewinnen lasse. Ach, als ob dich Geld überhaupt noch interessiert. Nein, nein, natürlich. Du hast dich denn noch bestechen? Mit viel Geld. Mit viel Geld, ja. Also wir spielen folgende Regeln ungefähr. Fünf Decks, fünf Spiele und jedes Deck darf nur einmal genutzt werden. Das ist natürlich eine taktische Entscheidung, mit welchen wir zuerst spielen. Richtig. Welches spielst du denn zuerst? Ich, ähm, du siehst es ja sowieso gleich, ich nehme das Druidendeck, also mit meinem Druidendeck. Okay. Mit dem spiel ich jetzt einfach zuerst. Ich bin ja nicht, ich bin ja weder Profi im Deck zusammenbauen, noch in dem Spiel. Und deswegen werde ich sowieso abstinken hier wahrscheinlich. Ich auch nicht. Und, ähm, ja, aber du bist da ja erfahrener. Sagen wir es mal so. Alt und Weise. Alt und Weise, genau. Und ich zeige jetzt gerade einfach mal mit der Mauskarte die fünf Decks, die ich mir ausgesucht habe. Okay, dann werde ich das auch mal eben zeigen, weil ich, äh, nehme das ja auch auf, ne? Für meine lieben Leute, die kennen ja den Großteil der Deck schon. Und, äh, das Schöne ist ja, ich weiß, dass du ab und zu bei mir bei Haas noch reingeguckt hast, du kennst die dann wahrscheinlich auch, aber ich habe noch die eine oder andere Überraschung für dich. Also, das sind die fünf Decks, die ich spielen werde. Genau, also bei mir sind es auch diese fünf hier. Und, äh, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt auch gleich an. Ja. Damit es dir gar nicht irgendwie zu Störungen und Verzögerungen kommt. Und, ja. Wir sagen, wir sehen uns, äh, im Spiel, oder? Ja, wir sehen uns dann gleich im Spiel wieder, genau. So machen wir das. Ja, okay. Bis gleich. So, und da sind wir schon, ach, jetzt? Jetzt schon, Hadi. Ja. Wir sind drin. Wir sind mittendrin. Ja. Ich hatte nur dabei. Ist unfassbar. Ui. Ja, bei ihm scheint es schon wieder gut auszusehen. Voll, voll, richtig, ja. Ja, superb, superb. Bei mir eher nicht so. Ich bin fertig. Ähm, tja. Ach, grüße, ey, komm. Grüße, so. Wir wollen direkt mal abfeuern, würde ich sagen, oder? Ja, abfeuern. Abspritzen. Na. Niemals. So, hier, frisst das. Jetzt bist du aber frech. Wow. Ich bin echt gespannt, du hast ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Spiele gemacht, was da so auf mich zukommt jetzt. Ja, aber, ja, sei gespannt. Bin ich. Ja, ich verspreche, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja, das gefällt mir schon wieder sehr gut. Also, eigentlich wollte ich den als nächste Runde spielen, weil jetzt bin ich halt erstmal gelockt. Alter, what the fuck, das kann doch nicht wahr sein. Was denn, warum? Na, was sind das für Viecher? Spirit oder Wurfs? Da fugt man. Ich bin halt jetzt erstmal gelockt. Du kannst jetzt da ordentlich abräumen. Oh, komm. Was, 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 ich kann überhaupt nichts aufräumen. Ja, dann halt nicht. Junge, Junge, ey. Das geht doch so nicht. Warum? Weil du frech bist. Echt? Ja. Habe ich schon fertig gedrückt? Ja. Hä? Achso. Ja, natürlich. Halt dick im Overload drin, ne? Aber ich kann es mir erlauben, ich glaube ich. Ja, ist aber gar kein Problem. Normalerweise, ja. Es ist ja, würde ich halt nicht so in Overload reinrennen. Nein, nein. Niemals. Du sowieso nie. Fuck off. Wir sind in so deiner Erfahrung, bis jetzt mit dem Spiel gewinnen. Also es ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen gespielt. Am Anfang warst du ja total jungfräulich, ne? Ja, naja, was heißt jungfräulich? Ich habe Erfahrungen mit anderen Karten spielen. Und warum kannst du dieses Spiel dann nicht? Was unterscheidet denn deiner Meinung nach von anderen? Ich kann überhaupt kein Kartenspiel. Ich spiele es halt einfach nur gern. Hm, okay. Cool. Ja, nee. Was sind meine Erfahrungen mit dem Spiel? Keine Ahnung. Ich gewinne und ich verliere es. So wie in jedem Spiel. Also, what's all der Geist? Verstehst du denn langsam die Regeln? Die Regeln? Hier gibt es Regeln? Ja. Wusste ich noch gar nicht. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass du mich total freut, mit der Karten zu spielen. Nee, hast du noch nicht gesagt? Dann tue ich es auch nicht. Okay. Das ist total nett. Tja, komm weg. Ist aber nicht ein Nettlitz, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß. Ich bin total bösartig und gemein. Ja, na klar. Ja, natürlich. Ich habe es im Vorfeld noch gesagt. Er ruft gleich irgendwie viel mit wenig Manna, mit übel vielen. Ach, ist... Das Ding hat einen Overload von drei, Alter. Ja, komm, was soll der Geist? Ja. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ach, ich bin seit keine Ahnung wie viele Runden im Manna-Log, also im Overload drin. Acht! Wie soll ich... Ich habe nichts, was dagegen anhalten könnte. Na ja, schreck nicht so an. Hier plus zwei, zwei und Taunt. Hast du eigentlich nur Taunt-Viecher drin? Also mein kleiner Tipp von mir, lieber Kay, ja? Ja, bitte. Gib mir deinen Tipp. Taunt ist ja immer schön und gut, aber ich bin ein bisschen zwiegespalten Taunt gegenüber. Ganz einfach, weil die Karten meistens nichts anderes können. Das ist völlig... Da kann man sich nämlich lieber, äh, weiß ich nicht, was Schönes hinstellen. Ja, sowas hier zum Beispiel. Was... Man kann sich was Schönes hinstellen, sodass der Gegner trotzdem einen Helden angreifen kann, ohne jegliche Probleme. Nö, darum geht es noch mal nicht, aber guck mal, jetzt ist es auch kein Taunt, aber die kann was Tolles. Ja? Ja, ich ziehe jetzt jede Runde eine Karte, bis du das Tote gehst. Ja, nö. Und Kato ist ziemlich wichtig in dem Spiel. Ähm, hm, 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 hm. So, jetzt stehe ich dir natürlich gegenüber, ein sechster Mal mit Taunt, was soll ich tun, oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast bestimmt überhaupt keine Karte, die das neutralisieren könnte. Nö, hab ich nicht. Nö, 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 hast du nicht, nö, nö, hast du ja nicht, acht Karten auf deine, ne, sieben, Entschuldigung. Ah. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Ich glaube, dir zahlt mal den Rubin hier aus dem Auge, ist gar kein Problem. Die hast du noch nicht für mich. Nein. Ich hebe mir das immer für das ganze Spiel auf, ja, siehste, siehste, was ich meine. Aber er hat ja nichts. Schweinepriester, ey. Na, 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 jetzt lass mal die armen Priester daraus. Der kommt später. Die können ja überhaupt nichts dafür. Die sind eine echte arme Priester. Jetzt sind sie armen Priester, ey. Die armen Schweine, ey, apropos Schwein, was soll denn das? Was für Schweine? Das ist mein Maskottchen. Ach ja, stimmt, das komische. Bei den großen Augen, das. So, guck mal. Ui. Okay. Das bringt mir nur überhaupt nichts, aber ist kein Problem. Das ist ja noch vier Mana. Ne, 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 aber ich habe nichts mehr, was ich hier noch groß... Ich mache das mal. Ja. Ja, da kann ich da wenigstens einen Schadenspunkt... Kann ich nicht, ich muss ja erst die. Scheiße. Aber habe ich jetzt Rüstung? Ja. Oh. Warum auch nicht, ne? Kann man nochmal... Kann man nochmal machen. Ich muss hier nachdenken. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist auch gar nichts. Ne, ne, das ist alles cool. Alles cool. Alles cool. Ach, pff, Pussifie. Was? What the fuck? Bin jetzt am Schweigen. Ne. Ach, Alter, komm schon. Oh Mann. Hm, hm, hm. Ja, ich freue mich schon auf die Kommentare zu diesen paar Spielchen, die wir machen. Ich freue mich auch schon. Sehr. Es ist ja mega spät, also mega früh schon. Ich bin auch schon im Halbschlaf, weil ich habe nämlich gestern Superboy geguckt, Alter. Ja, ja, von wegen Halbschlaf. Ey, pass auf, ich war bis 5 Uhr heute Morgen wach und ich bin um 8 Uhr wieder aufgestanden. Okay. Ja, also ich sehe praktisch gar nichts. Du kannst mich so locker fertig machen jetzt hier. Ich sehe gar nichts. Ich sehe schon, dass du nichts siehst. Ja. Halt immer noch diese blöden Scheißer da liegen. Mann. Das sind Spiritwolves, du. Ach, Spirit für den Arsch, Alter, komm. Was ist denn da los? Warum machst du nichts? Ich habe nichts, was ich machen könnte. Warum nicht? Ähm. Ich ziehe Scheiße. Was denn? Ne, ist alles cool. Ja, natürlich kriegt er noch ein Sprottvier in den Hals, ey. Ach, Kay. Nein, ist alles cool. Ich bin ja ein guter Verlierer, aber so ist ja nicht. Du hast doch noch gar nicht verloren. Ne, ne, ne. Aber du hast mir auch noch nicht einen Punkt Schaden zugefügt. Richtig. Warum nicht? Ich wollte eben, aber es ging nicht. Warte, warte, warte. Ich habe da eine Idee. Hier. Warum hast du das jetzt nicht auf den Elementar gesetzt? Ich wollte mir jetzt einen Schadenspunkt zufügen. Okay. Wir nehmen das mal nicht so ernst hier, ja? Es juckt. Wir nehmen das mal nicht so ernst hier. Nein. Nein. Es sind ja noch vier Matches. Ja, ne, ne, ne. Ich, 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 ich. Du hast ja noch vier Matches. Ja, hast recht. Außerdem ist das ja noch gar nicht zu Ende. Ne, wir schieben das mal auf die Uhrzeit einfach. Ja. Machen wir das so. Ja. Ich hoffe. Was macht das Schäden? Das ist auch schade, das ist eigentlich der Pff. Ist gar kein Problem. Ja, hat sich voll gelohnt. Ich hasse diese Poser mit ihren... Kennst du das? Hast du das auch schon erlebt? Nein. Was für Poser? Du hast nur noch ein Leben, ne? Ja. Also ein Held. Hat nur noch ein Leben. Die müssen noch alle Kartenspieler auf der Hand haben. Ja, cool. Aber hab ich ja nicht gemacht. Obwohl sie dich schon lange hätten fertig machen können. Ja, aber es hat ja keinen Sinn gemacht, was du gemacht hast zum Schluss. Ja. Lass uns direkt ins nächste Spiel reingehen, würde ich sagen. Bleibt mal eine Aufnahme drin, ne? Ja, wir sehen uns dann gleich im nächsten Spiel. Ja, wie? Ich dachte, wir nehmen weiter auf. Ne, ich dachte, wir nehmen... Ne, ich dachte, wir cutten das ins nächste Spiel. Dann nicht. Cut. Garage. Schamane. Willst du mir was nachmachen? Nein. Warum nicht? Warum denn? Du bist es doch gar nicht wert. Jetzt geht das wieder los. Ja, aber der Krieger, den wir siebsten. Also da bin ich guter Dinge. Nein, das glaube ich nicht. Warum nicht? Nein. Das werden wir dann schon noch sehen. Das war ja knapp im letzten Spiel. Ja, sehr knapp. Hast du recht. Das lohnt sich noch nicht zu machen, das auch nicht. Ich schieße erst mal ein paar Steine ins Gesicht, das wollte ich schon immer mal tun. Ja? Komm ich noch mit. Zack. Zack. Okay. Ja. Ein Männerkristall. Floor. Mhm. Vorige Scheiß-Achse. Äh, Kriegs-Achse meine ich. Gib's mir. Hab ich. Ja, das ist mal eine Frage. Nutze ich die Axt jetzt, um dir ins Gesicht zu schlagen? Oder warte ich drauf, dass du was spielst, um es wegzuhauen? Weil du hast als Krieger nicht viele Möglichkeiten, das Board zu kontrollieren, außer deine Waffen. Aber die können natürlich verdammt eklig sein. Können. Ja. Ja. So. Aber ich freu mich schon, dir nachher mein neues Deck zu zeigen. Ja, toll. Prima. Ja. Ja. Na komm, was soll's. Ja, was soll der Geiz? Genau. Guck mal drauf. Voll rein. Ja, voll. Wir haben ja keine Zeit. Ähm, tja. Also, hm. Tja, also, hm. Ja, bitte. Ja, ich überlege gerade kurz. Das könnte ich theoretisch machen. Muss ich ja wohl. Ach, Stuhlmusik. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Was? Noch nix. Nö, alles cool. Hier, komm. Oh, jetzt, jetzt, wirst du jetzt, um die Waffe nicht verschwenden sollen, mein Freund. Jetzt wäre ich aber dreist. Was habe ich jetzt davon, weißt du? Ja, ja, das hast du jetzt davon. Aber du hast ja noch so eine Karte, nehme ich an. Nö. Nö, nö. Ist mir nö. Ansturm? Geht nicht. Okay. Was ist denn los? Ähm. Riege mich auch so Leute auf, die halt ewig und drei Tage nachdenken müssen. Ja, ich finde es auch zum Kotzen einfach. Ja. Ich kann da nichts, nichts groß tun. Das hätte nichts gebracht. Deswegen mache ich das. Ah ja, ja, ja. Aber schon gehört sie in die Fresse. Und ja. Legitim. Legitim ist das ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich war es. Wie? 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 Gut, der hat ja von vornherein schon ansturmt. Ja, Alter, ich weiß doch. Ich weiß doch. Ganz ruhig. Wichtig? Habt ihr doch gar keine, gar keine. Hier, friss das Arschloch. Das ist aber jetzt nicht nett. Nee, ich weiß. Bin so. Bin scheiß Überladung. Ist nicht nett. Ja, ohne Überladung wäre die Karte auch ein bisschen stark. Meinst du nicht, der Herr? Nö. Der Meinung bin ich jetzt an sich nicht. Okay. So. Good luck. Oh, das war aber, der ist ja gut gespielt. Hä? Auch gar nicht so dumm. Wenn du jetzt nicht mehr wirklich Karten auf der Hand hast. Ja, das passiert. Dass man nicht so viele Karten auf der Hand hat. Fünf Vorsitzungen. Leck mich doch am Arsch, ey. Ja. Prima. Ich freue mich für dich. Ja, irgendwas muss man ja machen, ne? Ja, hast du recht. Kannst du mal aufhören, den rumzubraffen hier? Nein. Nervt aber. Stopp da. Jetzt stellst du mich vor Probleme. Nein, das glaube ich nicht. Doch, jetzt kriege ich nämlich gerade gut ins Gesicht. Ja, jetzt gerade für den Moment. Ja. Ja. Ich werde dann wieder nervös und verkackst. Zuwider, Alter. Übertreibst du doch mal. Hallo? Tu doch nicht, Note. Hm. Rüstung, die passt. Ja. Aber ich ziehe gerade auch nicht so... Nicht so geile Sachen. Nee, nicht so geile Sachen. Nicht so geile Sachen, okay. Ich verstehe. So. Probieren geht überstudieren? Hm. Nach wie vor. So, aufs Maul. So. Weiter geht's. Ja. Das kassiere ich aber richtig, ne? Ja, aber richtig. Ich versuch's zumindest. Nee, es ist gut. Ich kann halt noch... Aber sieben, Alter, sieben. Das ist ein hässlicher Ernst? Wie, jetzt sieben? Ja. Das geht doch nicht. Geht ja wohl. Das geht doch nicht. Aber ich muss jetzt sagen, dass wir gleich noch was rausspielen, sonst wird es nämlich böse. Ja. Ach komm. Neun, sieben, Alter. Komm schon. Komm schon. Das war's schon, ey. Naja. Hat er mich besiegt? Na, noch nicht. Ja, doch. Ja, das Ding hat nochmal sechs Mal Angriff. Sechs Angriff. Ansturm, Wuteinfall, plus sechs Angriff. Also, weil er ein paar Schaden kriegt, nochmal... Naja, alles klar. Okay. Ja, gut. Bringt mir halt nichts, ne? Das ist vorbei. Das ist gar nichts vorbei. Kann ich noch was tun? Nee, kann ich nicht. Aber ich könnte mich selber opfern. Du könntest dich selber opfern, ja. Ja, ich glaube, das tue ich. Komm, Stippen, Ihren Tod. Ja, ich habe am Anfang, ähm... Also, ich starte eigentlich für euch. Aber ich hatte nämlich zwei Spells auf der Hand. Die konnte ich nicht wirklich setzen. Weil ich dann nicht die Karte gezogen hatte, beziehungsweise nicht die Minions, die ich hätte gebrauchen können. Okay. Aber gut. Eins, eins, würde ich sagen. Eins, eins. Yay. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel, oder? Genau. Tschüss. Tschüss. Trinkst du gerade im Let's Play? Ist ja wohl dreist. Pff. Ah, ja, ja. Das kann doch mal nicht wahr sein. Apfelschörchen. Apfelschörchen? Ja. Guck mal auf die Uhr, da trinkt man noch kein Bier. Um die Uhrzeit. Noch kein Bier. Nee, hast du recht. Warte. Warte, hier, Prost. Ha, du Sau. So, was haben wir denn hier überhaupt? Oh, was haben wir denn hier? Priester habe ich ausgewählt. Okay. Ja, ich sehe schon. Ich habe ewig kein Priester mehr gespielt. Nee, ich auch nicht. Ähm. Also, dieses Deck ist mein allererstes Deck gewesen sogar. Ja? Ja. Okay. Habe ich mir jetzt gedacht, komm, so zum... Für was Besonderes kramst du das nochmal raus, ne? Für sowas Besonderes, natürlich. Ja. Kramst du das schon mal raus? Wer ist denn jetzt noch online gekommen? Sag mal. Was? Ich weiß nicht. Oh, get alive. Hm. Die Chaos-Truppe da. Ja, ja, echt. So sind sie. Ja, das... Was ziehe ich denn hier, Alter? Warum habe ich denn überhaupt... Warum habe ich die Karte überhaupt denn... Naja. I don't know. Don't know. Ähm. Was tue ich nur? So. Was anderes kann ich gerade nicht machen. Hm. Jetzt ziehst du ja gleich wieder eine Karte. Ist ja auch doof. Na gut. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Vielleicht auch zwei. Dann muss ich erst mal zweimal heilen. Bitch, please. Warum? Einmal reicht doch. Das ist aber nur eine Karte. Ach nee, die... Ach so, ja, stimmt. Hast recht. Entschuldigung. Falsch gedacht. Ja, 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 ja. Ja, ja, entschuldigung. Aber der Nachteil ist, wenn du zwei Kleriker draußen hast, bräuchtest du schon Silence auf der Hand oder sowas und du musst irgendwann mal einen wegschmeißen, weil sonst gehen ja einfach immer die Karten aus. Ja. Ja. Total schlimm. Ich weiß. Und vor allem müssen sie ja jedes Mal zwei Männer investieren, um auch irgendwie einen Minion zu heilen. Ja. Hast du recht. So, komm her. Ich muss jetzt mal leider... Ich muss das jetzt tun, auch wenn du sagst, es bringt nichts, aber vielleicht bringt es mir doch was. So. Ja. Ist doch legitim. Ich hoffe. Was machen wir denn jetzt? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich in der nächsten Runde machen soll. Hm. Hm. Natürlich. Natürlich. Ach, ist das schön. Ja. Ja, ich freue mich ein bisschen. Ach. Ich weiß nicht, was es mir bringt, aber ich habe es getan. Immerhin. Ja. Ich weiß wirklich, weil ich nicht mal mehr was für Karte ich da drin habe. Okay. Ich spiele das jetzt relativ blind. 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 Yes, blind. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte das, das bringt mir aber gerade gar nichts. Richtig. Ich frage mich, ob... Hm. Hm. Ja, frisst das. Verdammt. Habe ich wenigstens was zum Heilen. Muss man ja mal positiv sehen. Das stimmt. Schön. Du kannst auch mich heilen. Ja, ich habe aber keine Warnung mehr über dafür. Ach so, stimmt. Tut mir sehr leid, sonst hätte ich es ja gerne getan. Hm. Ich weiß, ich weiß. So, 7, 7, 1, 7, okay. Ähm. 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 Ich weiß nicht. Da hat er ja auch nur... Ähm. Ich könnte das nicht tun, dass das bringt mir alles nichts. Ich mache das. Ja, heulen noch. Ähm. Geht schon weiter. Ja, ja, gerade so. Ey. So, jetzt siehst du wieder Karten oder was? Nee. Nur wenn, wenn ich auch alles so für dich. Also wenn wir nur Minion heizen, dann würde ich gerade ziehen. Ja. Schön ist das aber nicht, ey. Nö. Nö. Nee. Heil dich doch. Nö, warum? Warte, wenn du in eine Karte ziehst vielleicht. Oder zwei. Ja gut. Ja, wenn du es sagst, dann... Ja, gell? Dachte ich auch so. Tu es. Und? War was Gutes? Nö. Nö, nö, nö. Gut. Alles scheiße. Hm. Was sagt denn der Schnarchsag im Zelt? Okay. Ich verstehe. Natürlich. Es ist klar, ne? Ah. Dipp, 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 dipp. Hast du dich gerade zweimal geheilt? Was habe ich? Nö, nö, nö. Nein, habe ich nicht. Ich kriege mal so viel mit. Es ist ja schon halb eins gleich. Ja, ich weiß. Ist ja doch schon spät, ne? Ja, sehr spät. Aber du willst es ja nicht anders. Nö. Natürlich nicht. Der Sauter war da einen raus. Ja, total. Liegt hier nur ein 14, 14. Gut, wenn ich einen Schaden mache, dann hat er natürlich nicht mehr so viel. Aber das bringt mir gerade nichts. Richtig. Nein, was mein Tor getötet. Ja, übel. Okay, du hättest ja auch einfach alles schön in den Lightspawn rein salvagen können. Aber das bringt mir alles überhaupt, das bringt doch nichts. Du wär alles tot gewesen und da hättest du irgendwas anderes gerufen und da wär ich genauso tot gewesen wie jetzt gleich. Also du unterstellst nochmal ganz böse Dinge. Ja, ja, ja. Unterstellen, natürlich. Ich seh schon, der Steck ist auf das viel ausgelegt, ne? Nö. Nö, nö. Nö, aber die ergänzen das doch ganz gut, ne? Level ab. Schön. Ja, ich nicht. Steht es ja jetzt in 2-1, würde ich sagen. Ja, 2-1, genau. Sehr cool. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Ja, Wolski, bis gleich. Juhu, tschüss. Hallöchen. 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 Hallöchen beim Pöchen, nee, es war auch falsch, Spiel. Ja, im Match 4. Ja, Match 4. Und, äh. Stitt 2-1 übrigens, zur Information. Genau. Für Hadi. Ich bin auch total stolz. Äh, ich bin auch total stolz. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Jetzt aber, ja, bumm. Kann man denn da überhaupt einen Hunter? Okay. Oh, yeah. Oh, es ist ein Agrodeck? Oh, yeah. Oh, yeah. Dann greif ich jetzt mit dem nicht mehr an, das ist ja hoffentlich klar. Warum nicht? Hier frisst das. Oh. Scheiß. Ich bin gerade selber. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Okay. Du bist leicht verwirrt. Oh, super. Ihr habt's alle gesehen, ja? Das ist, K-Block ist, da fehlt ein Chromosom oder so. Da ist, da ist was abgebrochen vom X. Ja, nee. Das ist, hör auf. Ich dachte, du greifst nicht mal an mit dem. Ich muss doch. Das rückst doch alles nicht. Äh. Stirbst du gerade? Ja, ein bisschen. Könntest du das bitte nicht während der Aufnahme tun? Wie dumm muss man denn bitte sein? Ja. Ah. So. Bin wieder da. Ja, hallo, okay. Hallo. Ich hab dir schon mal zwei Schaden zugefügt. Ja, ist wunderschön. Das erinnert mich an dein Eigentor bei FIFA. Ja, ein bisschen. Das hat irgendwie den gleichen Effekt gehabt. Oh, Mann, ey. Das ist doch echt. Tja. Tja. Ich nehme an, das Geheimnis ist, ähm, ich kann's mir denken. Ja. Natürlich. 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 Und noch eine Karte ziehen. Yay. Ja, es reicht jetzt einfach. Ja, ich denke, wenn es länger geht, dann. Ich denke aber auch, dass das jetzt reicht. Aber wieso kriegen wir ihn jetzt gerade nicht draußen gespielt? Das ist ja... Silber, der Handtyp kannst du behalten da. Ja. Ja. Nett. Ja, ich weiß. Tipp, 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 tipp. Ui, 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 ui. Jetzt haut aber einen raus. Aber richtig. Jetzt aber. Jetzt, aber jetzt. Ey, das ist ja... Unfassbar. unfassbar ja wie die ratten die sind auch noch alle gleich aus das stimmt das tun sie tatsächlich du ständig karten ziehst ja finde ich ja jetzt nicht so anders tut anders tut anders tut und das ist so und das ist so behindert junge ja und das steht und das steht genau jetzt haust aber ein raus wer weiß das schon das bringt nichts ich wollte eigentlich was ganz anderes spielen aber naja so ist alles cool habe ich schon gedacht dass wir halb eins haben ja es sind ja nicht alle menschen so erfolgreich wie du und können sich schönheitschirurgen leisten manche machen ihren schönheitsschlaf okay sehr schön so hier kommen frisst das auch noch ich bin so bösartig ja der evil knievel von hearthstone bin ich so hier dass der frisst das noch kommt das ist aber gut jetzt hier was soll ich bin nicht ganz sicher ich habe familie ja okay jetzt haut aber raus jetzt haut aber raus jetzt haut aber raus jetzt haut aber raus meine fresse gibt es ja gar nicht jetzt aber jetzt alter wie er raushaut hier das ist nicht normal ja die kleinen ganz groß naja ganz groß so ok hier frisst habe ich eigentlich schon nein wir machen das fünfte trotzdem noch so da brauche ich mir nicht anstrengen theoretisch nicht war ja sowieso vorher gesagt dass ich mich nicht anstrengen soll genau also du hast gesagt ich sollte ich gewinnen lassen jetzt mal nicht die tatsache so war das natürlich genau und ich habe das natürlich gut getan indem ich eben einmal gewonnen habe ja ja und deswegen ist das überhaupt kein problem ja natürlich es kommt gleich der explose schaut deswegen soll man eigentlich nicht so spielen aber ich habe einfach mal gemacht und es geht dagegen sich und geht ja um nichts ja ich weiß es geht überhaupt gar nichts wie ich hatte kein exklusiv hier kommen immer schön den pimmeln ins gesicht ist ja immer immer schön klatschen lassen ja endlich war genau jetzt aber wo du dich mal in deinem knie unanierst oder so wie geht denn das ich bin nicht sicher ich will es auch gar nicht wissen ja genau das habe ich gesagt so hier ja natürlich dann darf man so was auch wenn das kommt dann ist es nicht nach zehn ja vielleicht sollte man das wieder nur ärger was mach ich dann was auch ich weiß ich bin ich ganz sicher aus der tonwelt du mein gott gott gottes 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 alter geht es noch warum da ob es geht ja klar ich glaube nicht was soll ich machen hier warten bist du meine ja ja bitte ich bin ich ganz sicher wir könnten ja ich bin nicht ganz sicher wir könnten ja ja theoretisch also in der theorie in der theorie könntest du jetzt das spiel beenden denk ich mal ja zeig mal okay acht schaden auf zufällige charaktere bringt ja nix so zufällig war das jetzt nicht sage ich mal was soll das wenn man kein lebenspunkt hat und die leute meinten noch alle karten die sie können aus ja 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 ich bin die duellseger yay jay jay gegen k wer ist der beste wer ist der beste aha 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 naja gut du kannst auch einen ehrenpunkt hole natürlich mach ich jetzt auch gleich pass mal um keuble dann freue ich mich aufs nächste spiel bis gleich bis denn ja ich mir geht es aber auch nicht viel besser die wirklich jetzt ja wirklich mir geht es auch nicht besser wollen dass ich bin nicht sicher dass sie mag uns nicht das deck wollte übrigens zeigen das gefällt mir sehr gut ist dick ja damit habe ich ein bisschen gelädert und auch gegen den kumpel ein bisschen gespielt und schön ist echt angenehm zu spielen freue mich für dich ja danke da kostet einmal naja ok so kommen hier frisst das diesmal geht es auch auf dich so was noch eine steuererklärung nebenher oder was tippst du so viel glas kaputt gemacht dann ist ja gut nein danke werter ich möchte diesen apfel nicht auf meinen kopf legen das sagt komischerweise wenn ich gegen andere spiele sagen wir immer nein danke will ich mich aber ich höre gar nicht zu was er sagt ok musste auch nicht eigentlich denn hier für eine gülle ich höre gern die sprüche von den füchern ja ich finde die auf englisch besonders gut ja ich nicht mag die auf deutsch besonders gern wollte ich mal so anmerken ja dann kann ich noch mal zwei mal hier rein weil da kannst du wirklich nichts anderes mehr machen vielleicht so vielleicht probiere ich mal das das sind doch sowieso nur acht rüstung ja ja okay ich gehe davon aus natürlich langweilig ich hab's gehofft ich hab's gehofft sagte ja was sowieso was besseres war ja nicht so lange da ne war jetzt nicht so lange da ist aber gar kein problem ok du willst doch jetzt nicht den jugger töten oder was ich töte hier gar nichts hallo für was hältst du mich denn bitte weiß ich nicht nicht so viel nicht so viel universal opfer ja das ist ein gutes gutes wort dafür ja hey das ist jetzt nichts getan doch irgendwie schon und zwar mehr als vier schaden punkte ganz ehrlich nervt warum ich bin nicht ganz sicher aber der nervt tja und nun oder noch blutwichtel habe ich doch ja ist schön und geheilt das wäre ja zu heftig der gibt ja nur plus als leben naja plus 1 leben werden ja das ist wäre das gar nicht so heftig dann hast du recht fies ist wenn du den ersten runden zwei blutwichtel spielst und nicht gegenseitig mal hoch pushen das problem ist jetzt gerade einfach ich habe gar nichts das ist gar nicht mal so schlecht gerade für den moment wenigstens eine arcan explosion nein ja sonst ist hier nicht viel los reicht doch ja reicht hast recht nun war das nicht gedacht er ist sich nicht sicher er ist sich nicht sicher er muss nachdenken weil er nachdenken muss habe ich meine arbeit gut gemacht ja ja da ist doch nichts auf dem feld macht nichts schaden ja nee was mache ich denn jetzt in der theorie ach mal hier eine arcan explosion raus oder nächste runde das habe ich doch aber nicht auf der hand ich habe jetzt hier höchstens das hier ja toll bringt mir aber nichts und dann muss der hier unbedingt weg ich habe aber ich habe aber er ist verstohlen und das ist ein problem gerade als mage hast du doch genug optionen ja aber ich habe es doch nicht auf der hand junge ist doch mal man muss man alles wirklich so schwer unfassbar alles ja unfassbar kommt dann bist du noch her gefahren zwischen den zügen habe ich endlich wieder platz ja ich gern gemacht für dich das kann doch wohl nicht wahr sein ja genau august august ist also richtig was würden das jetzt hier das ist nicht in ordnung warum weil es nicht in ordnung ist tut mir leid dann geht ihr stimmt doch irgendwas nicht greife ich dich ja nicht mit dem richter also irgendwas stimmt doch hier nicht ja das war ja du brauchst nicht gleich sterben das ist nur ein spiel ich wusste jetzt ganz schlimm weinen ja möchtest du noch abschließende worte sagen nachdem du 4 1 sowas von innen die kerzen bekommen hast ja mein abschließendes wort ich erinnere nochmal an meine ersten worte und zwar dass das sowieso abgekatert war weil du mich bestochen ach ja natürlich ich vergaß ich vergaß ich hoffe du vergaßt nicht das ist mir verboten ich habe vergessen ja ich habe dich vergessen wer warst du noch ich bin nicht sicher okay wollen wir noch eins machen das ist ja langweilig wollen wir noch eins machen ja komm eins machen wir noch ja komm sehen wir uns gleich noch im nächsten alle die wollen die schreien yeah yeah ich höre schon die schreie dann wenn das kommt und auf einmal alle yeah schreien okay bis gleich bis dann hallo guten tag guten tag runde 6 runde 6 nachdem es schon 4 1 steht genau aber wir wollen ja okay die chance geben nochmal hier in ehrentreffer zu landen ich habe doch einen ehrentreffer ja noch einen ach noch einen ist aber natürlich nett von dir ne ja nein wir springen einfach für den spaß genau spaß so viel so spaß 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 was ist diesmal nicht mehr selbst alter ja da geht ja direkt jetzt kommt das nämlich raus hast die ganze zeit einen auf ne ich kann ja nix gemacht ne und dann jetzt aber jetzt find ich dich hart verrichtigen ja nach meiner fahrung die uhrzeit ja so sagst du doch auch sonst immer stimmt ne hatte recht hat er recht ich hab gehört du bist eingeladen bei mir ja ich bin eingeladen bei dir ja puh also let's talk ey ach ob ich das möchte ja ich hab ja mit deinem management gesprochen und die haben gesagt ich muss ja okay muss sich auch mal um das kleinere fußvolk kümmern ja achso ich kann überhaupt nichts machen ne faszinierend ja ist doch gut super ja voll gut super ich mag ja ja das deck habe ich mir übrigens auch erst letzte woche gebaut in ihr ja weil ich mir dachte wir kommen immer ein bisschen schurke weil ich so oft die letzte zeit schurkenquests hatte und schurken schurken schurkengürken 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 sehr schön das ist sehr unfreundlich für mich macht nix macht was macht sehr wohl was äh darf huk ja jetzt sind die drei lustigen zwei zusammen achso die drei lustigen vier hä ja ja die vier von der tankstelle achi bittere bittrr so ähm ja die geschichte ja naja nur so ein bisschen vielleicht was hat das jetzt gebracht achso okay tja das bringt auch überhaupt gar nichts und ich bin fertig he is ready die so mit deiner 3 lustigen vier kannst du mir jetzt mein schön eins reinwirken nö 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 hole noch und extra was dazu warum wusste ich das nur super gemacht super du kannst dich ja heilen ja zwei haben die glockenleute lassen hier die glockenleuten gegen darum ja da kannst du auf die kathedrale klicken dann macht das ding ach so ja ich hab ja ach so ich habe keine kathedrale was eine kathedrale oben links ist die kathedrale da kannst du auf die scheiben einschlagen oben ja so ja ist richtig wenn du auf die größte ziegel klickst dann macht das dong tatsächlich genau wie die uhr ja klickt also ok also jetzt ne und die uhr zeigt übrigens die originale uhrzeit an wer die uhr oben links wirklich vom turm echt ich sehe keine ist gut 1 8 ist klar was ist denn wir sollten dadurch kommen mit den kleinen viechern ja alter der hat nur eins ja toll trotzdem sich da erst mal 300 mal rein rennen du hast eine hässliche komische alte hier oben mit drei angriff auch noch vernichtet einen diner von diesem den noch verletzt wurde ja super freust du dich jetzt ein bisschen war ich würde nicht sagen nein ich warte mal auf doch einfach mal ab warum soll ich jetzt mit allen minuten da rein rennen wird doch schön beruf oder ja natürlich wäre das doof was ein lassen hollino war dann kommt was hast du gezogen sag ich dir nicht was jetzt das betray gezogen das ist nämlich immer so dass er dann die karte zieht die er gerade brauchen kann ja ich denke nicht ich denke nicht ich denke nicht so ich hole mir noch mal den hier an und macht dann gerade noch mal so hier und macht dann gerade noch mal er ist ja verstohlen alter was soll denn das klar verstohlen wäre auch ein bisschen das ist ein hässlicher drecks scheiß affe das ist ein gnome attentäter attentat attentut attentät was mach ich denn jetzt hier kommen frisst du das kommen das ist nicht nett immer auf die frauen ja immer auf die frauen auf die minderheiten haben ja auch eine schelle verdient wird das mal gerannt kommt so sieht es aus vernichtet was hast du nicht gemacht das ist so richtig scheiße von dir so richtig super super mein schild für argus jawohl jawohl ja hast du doch irgendwann auf der hand ja das ist kein mana mehr ok leider nicht da waren wir eigentlich in einem spiel schon mal auf runde 10 ich weiß nicht genau ich glaube nicht ne ne doof ne doof für dich jetzt ja ich kann man konnte halt die dicken karten nicht spielen ich hatte auch einmal und nix hier auf der hand die würde ich dir ganz gerne mal zeigen aber wobei ich habe glaube ich schon mal nichts dagegen gespielt oder als wir mal so gezockt haben ja ich glaube ich muss jetzt ich habe jetzt hier ist tut mir leid ok ich habe nämlich nichts mehr auf der hand was mir irgendwas nützen würde was natürlich doof ist ne ja spiel doch mal alles ausschnelles ja aber wir müssen ja ein bisschen das ist weißt du wie bei den fernsehserien ja alles noch mal aus wenn es in die werbung geht und nach der werbung hast du dann die letzten zwei minuten noch mal wieder gegeben damit du ja auf die zeit kommst weißt du genau genau weniger ist mehr wir müssen ja auch auf die vollenlänge kommen ja ok ok war schön gegen dich zu spielen ja total super ja hat mich auch sehr gefreut gegen dich ja wir können ja irgendwann demnächst noch mal gegeneinander spielen natürlich gern und steht ja noch was an was du weißt aber sonst noch keiner weiß und da spielen wir ja vielleicht ist ja auch wurscht jep genau alles klar ich mach's gut und ihr macht's besser und tschö mit öhchen